Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Dienstagmorgen, der 16. Mai 2017. Wir schreiben die Geek Talk Daily 118 und ich habe die folgenden Themen für euch mit dabei. Kein Windows Phone tot, Apple Park, Corning Glass, Apple Recorde, Mac OS Rhapsody, Google Car, Bixby im Kühlschrank, SGS8, PostFinance und MP3 am Ende. Zu guter Letzt dann noch ein paar kleine Zahlen zu einem Crowdfunding-Projekt, das mir hier am Herzen liegt. Gut, dann wollen wir doch mal starten. Letzte Woche war ja die ganze Geschichte rund um die Windows-Build und da ist auch aufgetreten der Joe Bellifor. Mein Gott, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Ehemaliger Chef von Windows Phone, der ein Jahr Ferien gemacht hat und man sieht da ganz stark, was passiert, wenn man ein Jahr Ferien macht. Irgendwie geht alles ein bisschen nicht so, wie man möchte. Auf jeden Fall hat er es gesagt, Windows Phone sei doch nicht am Ende, auch wenn es kein Herbst-Update geben wird auf diese Windows Phone Mobile-Geschichte. Aber ja, so festlegen, wohin das die Reise dann doch gehen soll, nicht nur Android und iOS. Das wollte er sich dann doch nicht so festlegen. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, wo es hin mit Windows Phone geht. Ich hoffe, es kommt noch was. Surface Phone und sowas, das wäre ja immer noch mein Ding. Es ist ja in diesem Jahr wieder mal soweit, dass mein Zwei-Jahres-Vertrag ausläuft. Wer weiß, wer weiß. Obwohl, da glaube ich nicht mehr dran. Aber ja, die Hoffnung stirbt zuletzt, wie man so schön sagt. Wer von euch, einen kleinen Zwischenwurf, gerne Musik streamt und nicht unbedingt sich festlegen möchte. Aktuell kann man vier Monate kostenlos Google Play nutzen. Das nicht nur Neukunden, sondern auch Bestandeskunden, sprich solche, die es schon mal waren, können das ganze vier Monate kostenlos tun. Da muss anscheinend ein bisschen aufgeholt werden von Seiten Google. Aber kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema. Gestern hatten wir ja oder hatte ich ja ziemliche Windows-Lastigkeit. Heute ist es eine ziemliche Mac-Lastigkeit. Also Lastigkeit im Sinn von einigen Themen dazu. Apple Park. Das Ganze wird ja immer wieder in Drohnen-Video festgehalten. Jetzt gibt es ein neues Video. Nicht einfach mal wieder ein neues, wo er wieder drüber fliegt und den aktuellen Stand zeigt. Sondern den Verlauf von den letzten 365 Tagen. Die Baustelle ist jetzt schon über ein Jahr alt oder das erste Video ist von da. Und somit sieht man da ein bisschen, was in der ganzen Zeit gelaufen ist. Schon eindrücklich. Und noch toller ist das natürlich, wenn es dann fertig ist und er nochmal so ein Video dreht. Dann würde das noch mehr Spass machen. Dann hat Apple ja so ein Fonds gebastelt, in dem sie eine Milliarde US-Dollar eingezahlt haben. Und der wird ja genutzt, um Fertigungsprodukte aus dem heimischen Land, also sprich aus den Staaten zu fördern. Und das erste Unternehmen, das daraus ein bisschen schöpfen kann, nämlich genau 200 Millionen US-Dollar, ist Gorilla Glass. Da fragt sich jetzt, oder besser gesagt, da geht jetzt natürlich die Gerüchteküche los. Was hat Apple da vor? Werden sie das nächste iPhone, das Achter, mit Induktionladung sehen? Werden wir sogar eventuell vielleicht ein bisschen etwas Neues im Bereich Wearable sehen? Oder kommt gar ein ganz neues Produkt wie eine AR-Brille von Apple? All das Zeugs schwirrt in der Gerüchteküche rum. Und ja, was denkt ihr? Will sich Apple da einfach nur quasi die iPhones der nächsten Generationen absichern, dass sie da genügend Glas, vor allem stabiles Glas haben? Tja, genügend Geld hat Apple ja. Allein in dieser Woche hat Apple, also gestern, drei Rekorde gebrochen. Einzelpreis von der Aktie, dann der Gesamtwert von der Marke, 800 Milliarden Dollar. Das ist das erste Mal, dass eine Firma den Wert übersteigt. Bei 700 waren sie auch schon die Ersten. Also allesamt tolle Dinge. Auch Warren Buffett ist anscheinend mittlerweile glücklich. Was das Ganze mit Möbel zu tun hat, das könnt ihr nachlesen. daily.geektalk.ch Da findet ihr den Link drin. Möchtet ihr euch noch erinnern, damals als Steve Jobs den jungen Herrn, ich habe doch eine Lego-Fugur von Bill Gates auf die Bühne holte, zumindest via Video, und dann ja quasi das grosse Sterben aufrufte, oder eben nicht, besser gesagt. Es gab schon vor dem Weg in Richtung Intel einen Versuch, denn Apple hat im Jahre 1997 ein Mac OS Rhapsody entwickelt. Ein spezielles Mac OS, was eigentlich für die Intel-Plattform damals gedacht war. Ziemlich abgespeckt das Ganze, nicht ganz so eben, wie man es vom Mac her gewohnt war, aber das Projekt hat man dann doch wieder begraben und ja, erst einige Jahre später dann mit OS X und so weiter wieder hervorgekramt. Wie die ganze Geschichte da lief, Mac and I, wir haben einen Artikel dazu verlinkt. Gehen wir weg von Apple in Richtung Google. Google Cars, das war ja der erste Versuch, Google ins Auto zu bekommen, wo man quasi einfach das Smartphone mit dem Auto verbinden konnte und so ein paar kleine Geschichten telefonieren und so weiter über die Boxen machen konnte. Google geht jetzt einen Schritt weiter und baut den Assistant ein in die Autos. Die Autos ist ein bisschen übertrieben. Aktuell sind es zwei verschiedene Hersteller, Volvo und Audi, wenn mich nicht ganz alles täuscht, waren es, glaube ich, die eben jetzt neu den Assistant mit einbauen, wo man dann quasi Google kontaktieren kann via Stimme und ihm sagen kann, ja, telefonieren mir nach Hause und solche Geschichten, schreiben mir SMS oder was auch immer. Auf jeden Fall sicherlich geschickt und gut. Google hat auch gesagt, sie wollen da nicht in die Untiefen des Autos rein, schon rein aus sicherheitstechnischen Gründen. Das ist sympathisch, wenn das aus Googles Munde kommt. Dann gehen wir weiter im Google-Kontext. Nicht ganz, wir sind bei Samsung. Die haben ja ihr Big Speed. Das ist der Knopf auf eurem SGS 8, den ihr noch nicht nutzen könnt. Und einen solchen soll es auch bald in euren Kühlschränken geben. Zumindest in denen, die von Samsung stammen. Da haben sie einige interessante Produkte auf dem Markt. Und sie möchten jetzt Big Speed quasi in den Kühlschrank einbauen. Somit der wahrscheinlich grösste Sprachassistent in eurem Haushalt. Interessant. Mir gefällt das Konzept sowieso. Aktuell noch ein bisschen, ja, man könnte mehr damit machen. Mal schauen, wo sich das Ganze hin entwickelt. Und ja, in 5, 6 Jahren werden wir dann wahrscheinlich ein bisschen mehr massentaugliche Geräte in der Beziehung sehen. Aber auf jeden Fall sehr spannendes Projekt. So ein intelligenter Kühlschrank ist immer gut. Man will sein Bauch ja gefüllt wissen. Wo wir gerade beim Samsung Galaxy S8 waren. Da gab es jetzt einen Test. Also Tests gibt es ja viele. Aber wie es immer so ist, nach dem Weichen gibt es auch detaillierte Kameratests. Und ein solcher wurde jetzt auch das SGS8 unterzogen. Und nein, das ist nicht die beste Kamera. Es musste sich sogar vom HTC 10. Möchtet ihr euch erinnern? HTC? Ja, die haben da mal früher Smartphones gebaut. Das Teil ist über ein Jahr alt. Das ist weiter vorne. Auch weiter vorne dran ist noch ein anderes Gerät. Das könnt ihr euch aber nachlesen. Spannenderweise ist auf dem vierten Platz das Samsung Galaxy S7 Edge. Also quasi der Vorgänger. Wenn ihr also eine gute Kamera und den Bixby Button nicht braucht, dann könnt ihr euch einfach quasi den Vorgänger holen. Kostet euch knapp 400 Währungseinheiten weniger. Somit also, ja, zuerst überlegen, nachschauen und vielleicht dann auch bei was anderem landen. Genau. Die PostFinance. Die Schweizer Postbank hat einen neuen Anstrich bekommen. Ich hoffe, das ist nicht wie bei, was war das, UPC. Quasi einfach, ja, wir haben große Probleme. Deshalb machen wir auch jetzt alles mal in Richtung Neuanstrich. Erste Tweets in der Richtung sind auch schon ausgefallen. PostFinance hat gefragt, hot or not? Quasi gefällt euch das oder nicht? Es gab einiges an not und auch schon die Frage, wann dann der erste Ausfall geplant sei. Die Schweizer unter den Hörern können da sicherlich mit, also wissen, um was es geht. Ziemlich unschön. Ihr hört unseren Podcast jetzt gerade im MP3-Format. Zumindest 99,8 Prozent der Hörer. Das Format ist am Aussterben. Das vom Fraunhofer-Institut wird nicht mehr weiterentwickelt. Man arbeitet aktuell an neuen Möglichkeiten, sprich an neuen Formaten. MPEG-H wäre da die Lösung. Im Sommer kommen auch schon die ersten Devices, also ein LG-Fernseher, der auf diese Technologie setzt. Ich bin mal gespannt, in welche Richtung das sonst noch so geht. Und dann am Schluss habe ich euch noch einen Link, den ihr euch mal anklicken solltet. Crowdfunding. Ich bin ja eh begeisterter Crowdfunding-Mensch. Wenn auch zwischendurch mit abwägen. Da gab es ein Projekt hier in der Schweiz. Da gibt es immer noch ein Projekt, wo sich eine neue digitale Plattform, ein Magazin via Crowdfunding auf den Weg gemacht hat. Und die Republik, das Ganze gibt es jetzt in Zahlen. Sprich, die haben die ersten Zahlen ausgewertet. Sehr, sehr schön dargestellt. Allein schon das lohnt sich mal drauf zu klicken. Und ja, wer unabhängigen Journalismus mag und möchte, der sollte sich da unbedingt ein Abo ziehen. Ich werde meinen Finger auch noch in die Richtung zucken lassen. Das muss man unterstützen, auf jeden Fall. In diesem Sinne, ich bin heute über die 10 Minuten drüber. Aber das war es mir jetzt wert mit eben dem letzten Punkt noch. Und sowieso, ich wünsche euch einen wunderschönen Start in den neuen Tag. Dienstag. Gebt alles, seid glücklich und ja, wir hören uns morgen wieder. Ich freue mich über euer Feedback und ja, euer Poughkeepsie. Bis dann. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Geek Talk.